Guten Morgen und Hallo! Möchtet ihr gerne mal eigene Farbmittel aus Naturmaterialien herstellen und direkt haltbar machen? Dann solltet ihr unbedingt die sogenannten Lackpigmente kennenlernen. Interessiert? Dann bleibt dran! Pigmente sind der Bestandteil unserer Farbmittel, die ihnen die Farbigkeit verleihen. Brauchen wir einen Rotton, so können wir rote Erden oder Mineralien nehmen, Kamin oder Lackdei aus Läusen, Eisenoxid, Cadmium, es gibt wirklich viele. Möchten wir eher einen Magenta-Ton, so wären Alizarin-Kamin, Fuxin, Chinakedon-Rosa oder anders aufgekochte Läuse passend. Statt eure Malfarben oder Pigmente fertig zu kaufen, könnt ihr diese auch selbst herstellen. Erden zum Beispiel braucht ihr nur fein zu malen, schon habt ihr das Pigment. Anders ist das bei vielen Blüten, Blättern oder Wurzeln. Hier müsst ihr das Farbmittel erst einmal dort rausbekommen, extrahieren, also das Ganze einlegen oder aufkochen. Dann erhaltet ihr eine farbige Flüssigkeit, einen Farbstoff. Hm, wir wollen aber ein Pigment, einen Feststoff. Wieso genau das ein Problem ist, erkläre ich in einem anderen Video, den Link findet ihr oben rechts. Genau hier machen wir uns nun einen chemischen Vorgang zunutze, die Verlackung. Manche Farbstoffe lassen sich durch Zugabe von sogenannten Fällungsmitteln in unlösliche Pigmente umwandeln. Diesen Vorgang nennt man Verlackung. Und das entstehende Pigment nennt man ein Lackpigment. Der vollständig gelöste Farbstoff wird dabei mithilfe eines metallischen Salzes ausgefällt. Der Fachbegriff für den chemischen Vorgang der Fällung heißt Präzipitation. Der Begriff stammt vom lateinischen Precipitatio, das Herabstürzen. Das ist eine sehr bildhafte Beschreibung dafür, dass aus der vorhandenen Lösung ein Stoff ausgeschieden wird. Dieses Ausscheiden erfolgt als Niederschlag. In der Lösung entstehen Flocken oder kristallines Material. Diese fallen an den Boden herab. Das feste Material kann nun abgesiebt und getrocknet werden. Und schon haben wir ein Pigment. Der Vorgang der Verlackung ermöglicht es uns, aus unzähligen natürlichen Farbmitteln die Farbstoffe herauszuholen, diese dann in ein Pigment umzuwandeln und dadurch lange haltbar zu machen. Aus den Pigmenten können wir wiederum unterschiedliche Malmaterialien herstellen. Von Aquarell, Gouache oder Ölfarben bis hin zu Pastellsticks zum Zeichnen. Aber eben, wenn ihr ungiftige Materialien benutzt, dann auch Lebensmittelfarbe, Schminkfarbe oder Knete. Ihr benötigt für das Herstellen von Lackpigmenten folgende Materialien. Pflanzenmaterial für den Farbstoff. Ein metallisches Salz, zum Beispiel Natriumhydrogencarbonat. Ihr kennt das als Natron oder Waschsoda. Ein starkes Alkali, zum Beispiel Kaliumaluminiumsulfat, kurz Alaun. Beides erhaltet ihr ganz unkompliziert in jeder Apotheke. Außerdem braucht ihr ein paar größere Gefäße oder Glasbehälter, Löffel, ein Sieb, Kaffeefilter oder Tücher und einen Mörser und einen Stößel. Wenn ihr das alles habt, könnt ihr loslegen. Als Pflanzenfarbstoffquelle könnt ihr alles Mögliche benutzen. Wenn ihr mit gesammelten Pflanzen experimentiert, dann bitte welche, bei denen ihr wisst, dass sie nicht giftig sind. Nein! Ihr könnt aber auch einfach mit Materialien aus der Küche beginnen, zum Beispiel Lebensmittelabfälle wie Schalen, Tee oder auch Kaffee. Während bestimmte Farbmittel gekocht werden müssen, kann es sein, dass ihr andere durch Kochen zerstört. Das lässt sich meist nur über Versuch und Irrtum herausfinden. Auch die Anteile von Alaun und Natron können je nach Farbstoff zu einer Änderung des Farbtones führen. Auf das Experiment muss man sich einfach einlassen. Schritt 1. Die Farbstoffextraktion Gebt euer Pflanzenmaterial in ein Behältnis, gießt heißes Wasser darüber und lasst es über Nacht ziehen. Ihr benötigt gar nicht so viel Wasser. Wir wollen nämlich eine konzentrierte und reichhaltige Lösung. Bringt am nächsten Tag eure Pampe bei schwacher Hitze zum Köcheln. Für die meisten Farbstoffe gilt, besser nicht kochen. Nach 10-15 Minuten gebt ihr dann eure Portion Alaun hinzu. Lasst das Ganze nochmal 10 Minuten köcheln. Dann nehmt ihr das Ganze vom Herd runter. Am besten, ihr habt direkt ein Sieb parat, in das ihr ein Tuch packt. Und Warnung, natürlich wird das Tuch auch gefärbt. Gießt die Färbeflüssigkeit hinein und seit das Ganze ab. Damit habt ihr euren Farbstoff extrahiert. 2. Verlackung Bereitet nun in einem Glas die Natronlösung mit heißem Wasser vor. Diese warme, basische Lösung gebt ihr in das ebenfalls noch warme, alkalische Farbmittel. Aber langsam, weil... Blubber. Der Farbstoff beginnt direkt zu sprudeln, weil darin die Base mit der Säure reagiert. Gebt die Natronlösung langsam und unter ständigem Rühren hinzu. Dabei wird nun das Pigment gebunden und ausfallen. Lass das Ganze am besten mehrere Stunden einwirken, über Nacht ist auch okay. In dieser Zeit sinkt das Sediment auf den Boden. Wenn sich derartige Ablagerungen gebildet haben, könnt ihr das Ganze wieder abfiltern. Schritt 3. Filtern und vielleicht waschen Ihr könnt das Pigment wie hier durch ein Tuch, aber eben auch durch Kaffeefilter abfiltern. Es dauert eine Weile, bis das Ganze durchgetropft ist. Wenn ihr ganz sauber arbeiten wollt, dann wascht ihr das im Tuch oder auf dem Filterpapier zurückgebliebene Pigment noch mit klarem Wasser aus. Am besten, indem ihr das gesamte Pigment in ein sauberes Gefäß mit frischem Wasser gebt und gut vermischt. Dabei sollten sich alle Mineralsalze im Wasser auflösen. Die wollen wir nämlich nicht. Anschließend wiederholt ihr den Filtervorgang. Schritt 4. Trocknung Entweder ihr kratzt eure Pigmentpaste vom Tuch runter auf eine Fläche zum Trocknen. Das kann ein Teller oder auch Backpapier sein. Oder ihr öffnet euren Filter und legt ihn ebenfalls flach zum Trocknen aus. Lasst euer Pigment vollständig trocknen. Wenn die Feuchtigkeit verdunstet, schrumpft das Volumen übrigens deutlich. Sieht klasse aus. Schritt 5. Malen Nicht malen. Malen Sobald euer Lackpigment vollständig trocken ist, könnt ihr es malen. Also zu einem möglichst feinen Pulver zerkleinern. Klassischerweise macht man das mit einem Mörser und einem Stößel. Und Kraft. Es ist nämlich gar nicht so einfach, das Pulver richtig fein zu malen. Für eine wirklich gut nutzbare Malfarbe solltet ihr hier schon etwas Zeit und Kraft investieren. Die optimale Kristallgröße für ein Pigment liegt übrigens zwischen einem Fünfhundertstel und einem Zweitausendstel Millimeter. Also strengt euch an. Oder probiert einfach, wie gut ihr das hinbekommt. Zuletzt bewahrt ihr eure Lackpigmente in einem luftdichten Gefäß auf. Lackpigmente lassen sich problemlos mit vielen Ölen und anderen Produkten mischen. Wie ihr mit Pigmenten wiederum verschiedene Malfarben ermischt, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Lackpigmente sind eine ganz tolle Möglichkeit, aus den unterschiedlichsten Naturmaterialien Farbstoffe zu extrahieren und daraus eigene Tinten oder Pigmente zu gewinnen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr dazu noch weitere Ideen oder Tipps habt. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann her mit eurem Daumen und eurem Abo. Bald gibt es mehr. Bis dann.